In diesem Video geht es um die besten Mini-Backofen. Der Qualitätssieger in unserem Mini-Backofen-Test geht an den Stillstern Mini-Backofen. Vielseitige Anwendung. Von Pizza, Kuchen über Chicken Wings bis hin zu Grillhähnchen. Der neue Mini-Backofen von Stillstern kann eigentlich alles und das sehr einfach. Du erhältst als Starthilfe ein Rezeptheft mit 40 tollen Rezepten dazu. Ohne Vorheizen. Von nun an sparst du Zeit und Energie. Du kannst auf das Vorheizen verzichten. Der Stillstern Mini-Ofen wird durch die innovative Heißluft-Technologie schnell auf deine Wunschtemperatur erhitzt. Durch die integrierte Power-Boost-Funktion brauchst nicht einmal vorheizen. Die Reinigung ist super einfach. Egal ob Innenraum, Grillrost oder Backblech. Den Innenraum reinigst einfach mit klarem Wasser und alles andere kann in die Spülmaschine. Der Stillstern Mini-Backofen überzeugt mit Details. Deutsche Version, 120 Minuten Timer, großer Innenraum für deine Lieblingspizza oder die doppelt verglaste Tür. Durch das zeitlose Design in jede Küche geeignet. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Severin Tu 2068. Ob als Ergänzung oder als Ersatz zum herkömmlichen Backofen und der Mikrowelle. Dieser Back- und Toastofen steht seinen Küchenverwandten in nichts nach. Durch das kombinierte und getrennte Schalten von Ober- und Unterhitze zaubern sie leckere Ofenspeisen, wie Aufläufe, Pizza oder Backgerichte, und das sogar schneller. Durch die kleinen Maße ist für diesen Back- und Toastofen rasch ein Platz in der Küche gefunden. Zudem heizt der Innenraum schnell auf und die Garzeit wird ebenso verkürzt. Einfach und intuitiv. Dank der drei Drehregler ist der Back- und Toastofen leicht zu bedienen. Dabei wird mit dem Fünf-Stufen-Schalter die gewünschte Backfunktion, sprich das getrennt und kombiniert Schalten von Ober- und Unterhitze eingestellt, oder der Back- und Toastofen ausgeschaltet. Dieser praktische Back- und Toastofen ist ideal für die Zubereitung von Ofenspeisen wie Pommes, Pizza oder Aufbackbrötchen geeignet. Denn auf dem inklusiven Grillrost 31x30 cm und Backblech 31x28 cm können die Speisen leicht in den Ofen hineingeschoben und herausgenommen werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Mini-Backofen-Test ist der Volto BF11SZ. Der Backofen ist speziell konzipiert mit drei Einschubhöhen, einstellbarer Timer, Grillrost und Backblech, herausnehmbarer Krümelblech für eine einfache Reinigung. Das schlanke und kompakte Design passt gut auf Ihre Arbeitsplatte. In einem weiten Temperaturbereich von 100 bis 250 Grad Celsius können Sie bequem im Ofen kochen, und Oberhitze, Unterhitze, vielseitige Kühlöffnungen effektive Wärmeableitung für längere Lebensdauer. Einstellbarer Timer mit Signal bis 60 Minuten. Für präzise Einstellungen und Funktionen zum Einschalten. Auch mit herausnehmbarem Krümelblech für eine einfache Reinigung. Der Backofen verfügt über viele Funktionen, von denen einige folgendes umfassen Backen, Braten, Toasten, Warmhalten von Speisen und so weiter. Maße 47 x 36 x 29 cm, Gewicht 6,5 kg, Kapazität 25 Liter. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.